Wir von der Arbeiterkammer Steiermark sind jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr für euch da. Für alle Fragen rund um die Schulwahl, um die Berufswahl, aber auch alles rund um Studium. Wir sind mit Interessentests da, wir beraten euch persönlich und wir nehmen uns natürlich ganz viel Zeit für euch.